Schauen wir auf den Ukraine-Krieg. Es ist Tag 800 inzwischen und bei einem gezielten russischen Raketenangriff auf die Region Harkiv sind mindestens sieben Personen verletzt worden. Darunter seien sechs Kinder, erklärte der ukrainische Regionalgouverneur auf dem sozialen Netzwerk Telegram. Es seien Lenkwaffen in Privathäuser und die zivile Infrastruktur eingeschlagen. Russland erklärt dagegen wiederholt, es greife keine Zivilisten, zumindest nicht gezielt an. Unterdessen sagte der britische Außenminister David Cameron der Ukraine bei einem Besuch in Kiew. Weitere Militärhilfe in Höhe von umgerechnet 3,5 Milliarden Euro zu. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr weltabonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.